Was habt ihr? Oh ja, ich wundere mich nur gerade weil ich Schwarzbild bei OBS habe. Also keine Aufnahme von mir und hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, ja. Hallo. Wie, jetzt alle nicht aufgenommen? Hast du Fensteraufnahme drin? Nein, ich habe eigentlich gar nichts groß geändert. Ja, deswegen wahrscheinlich hat es jetzt auch das mit mir aufgenommen. Ja, das haben wir beide ja auch. Die Endaufnahme funktioniert nicht mehr. Ja, beim letzten Mal, als ihr das geändert habt, hat es ja bei mir noch funktioniert. Ja, jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Dann gibt es halt den Port nicht von mir. Dann gibt es meine 17 Kills eben nicht zu sehen. Fail. Ist ja nur Casual. Kann ja nur maximal 15, wenn wir raten. Ich mache aber 17. Wir machen aber ein 3-0. Mach trotzdem 17. Wenn wir mal zur C4-Party, dass wir eine extra 100 machen müssen. Ja. Ich höre schon welche Rennen. Ich bin gerade gerannt. So. Ah, da. Da sind sie. Da ist einer. Ah, die kommt. Hier unten sind zwei. Die rappen sich hoch alle da. Drei, vier Leute. Vier Leute sind da. Die sind alle da am Turm. Einer ist hier unten und vier da oben. Kann ich dir helfen, Koffer? Da kommt einer durch die Tür. Das letzte ist oben. Einer ist oben drin. Direkt unter euch. Ja. Danke hier. Direkt unter euch. Ich habe den gesehen, aber ich muss einer Gruppe geholfen. Hätte er klappen können, wa? Da hinten im Mech. Ja, ist klar. Das ist ja ein toller Rape. Er liegt. Er liegt. Er liegt. Er hat in meinen Magen geschossen. Gottverdammt. Dein Schärfer liegt da oben. Hinten ist Blackbeard irgendwo. Ich wurde beim Dings erschossen. Da hinten. Das war ja ein toller Rape. Ich habe nicht gedacht, dass es Rape wird. Das passiert, wenn man ein großes Maul hat. Wer hat denn mal nicht instinkt gestorben? Das ist halt echt so. Zwei Leute sind instinkt gestorben. Da sind es auch nur die, die sich jetzt das Spiel dadurch geholt haben. Ist frei gebrochen am Ende. Kreisdrehen. Wir müssen eine Bombe aufbühren. Oder so ein Smurfer. Oder unsere. Ich fahr Keller. Und sogar. Ja. Und sogar. Ich fahr Keller. Lol. Haben die Mute? Ja, haben sie. Man wollte ja gar nicht entfahren. Okay, ich habe keinen an der Tür. Alter, wo hat der denn eine Mute platziert, Alter. Dass der mich noch gemutet hat. Was ein Hure. Der Mute hat eine fette Range. 5 Sekunden. Trotzdem. Find ich zu... zu gemein. So, da ich der Pika von draußen bin, lass ich den Schärfer mal droppen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich probiere von oben rein zu gehen. Probier du mal. Unten an der Tür war irgendwie gleich Kappkappdraht, hat einer gesagt, glaube ich. Lade nach! An der unteren Türe halt direkt am Leuchtturm. Ne, Leuchtturm. Äh, Tower. Oh, da ist C4 an dem Fenster. Einen Tisch. Und da ist C4 geworfen. Und hab... Einen gekillt und einen verletzt. Ah, da ist der Verletzte. Nein! Ja, du weißt ja nicht, ob Fuse immer killt. Ja, ich weiß. Zwei unten weg. Ich geh mal nach oben gucken, ob ich da einen wegkrieg. Okay, der sitzt hier direkt am Schild... Direkt hier dahinter, hinter dem Schild. Hab ihn. Ja, plantet doch mal da unten, oder nicht? Ich glaube, einer ist auf der Treppe... Einer ist auf der Treppe in den Keller. Kappkann ist auf der Treppe in den Keller. Okay. Ist verletzt. Oh, Leuch. Geht hier oben gar nicht. Kein Gegner übrig. Warum kann ich dich nicht aufheben? Warum droppt der denn nicht hier unten, Leute? Du kannst den nicht... Du kannst den nicht planten, Dani. Komm doch hier runter, Alter! Der ist unten hinter A-Bombe ist, der andere ist Fug. Kommt doch hierher! Zu B! Der andere ist Fug. Kommt doch hierher! Zu B! Achso, wieso hab ich jetzt? Achso, ich hab ihn aufgenommen. Ja, sag das mal. Wo genau's hab? Um die Ecke? Ah, ich seh. Ja, okay. Nice. Vielleicht habt ihr gebraucht, um zu planten, Alter! Ja, Dani hat den Schäfer gedroppt und ich hab ihn aufgenommen. Das war kein Headshot, der erste Schuss? Nein. Dieser fucking Rook, Alter! Der hielt doch einen Headshot aus. So, jetzt mal bitte Kellerbomben oder so, wo man auch mal vernünftig countern kann. Die Bomben sichern. Und wieder. Du kennst doch Casual, da kriegt man noch Bomben immer 300 Mal. Mach mal da keine Barrikade. Dani, mach mal nochmal ne neue Barrikade hier. Wir bleiben noch 10 Sekunden. Zugangssperre angebracht. Zuhören sie nur kurz. Fünf Sekunden. Rohnen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Lege Willkommensmatte aus. Wer hat gerade markiert, Jungs? Wer von euch hat dann markiert? Ich nicht. Ja. Berni. Ja, garantiert Berni. Aber das ist egal. Ab, abgelenkt für ein paar Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Da ist auf. Da ist immer eine sehr genaue Angabe. Ich finde so, als hätte ich den markiert, da. Ging bei dir die Tür auf, Sub? Ja. Bleck wird es rein. Bleck wird es rein. In der Mitte geschossen. Brot. Und mir hat... Daniel hat es meinen Kill geklaut. IQ und... Zwei hängen da bei euch noch am Fenster. Ja. Drei. Schade. Ich glaube hier direkt hinter der Tür. Ah, der kommt in Deck und hat mich instant gekillt, Firmeid. Unten an der Tür. Das macht mich drin, Daniel. Alles gut. Wie unfair, ey. Der Kill ist da und ihr habt einen Schäfer gehabt. Okay. Firmeid hat ihn genommen. Der ist jetzt hier. Ja. Jetzt läuft er irgendwo weg. Kommt wieder. Seid ihr noch an der Tür? Ja. Firmid kommt jetzt hier noch zur Tür. Zwei, beide sind da bei der Tür. Firmid ist der Markierter noch. Der kam um die Eck und hat mich instant weggeknallt. Ach, er ist da draußen. Er steht da noch draußen an dem Oberaufstieg. Das hat mega geleckt, ey. Lasst euch doch nicht hier alle wegmachen, ey. Ich hätte ihn eigentlich gekriegt, wenn nicht die Lecks gekommen wären. Komm her. Er kommt weg. Komm mit zur Tür. Geht rein. Easy. Daniel sieht die Flashes kommen und guckt einfach genau rein. Ich habe aber noch alles gesehen. Kannst du ja nicht. Du hast ja ein bisschen geflasht, habe ich ja gesehen in deinem Bildschirm. Ja, es ist aber gereicht, dass ich das trotzdem alles gesehen habe. Also doch eher Rape. Ich glaube der Formal Petty ist der Einzige, der ein bisschen was. Level 47. Was kann? Ich sage dir ein bisschen was. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wahrscheinlich für der Tower. Könnten wir gut vorstellen. Das ist bei mir. Keller. Keller. Läuft bei dir. Das bei mir war immer typisch. Es läuft alles easy und dann, wenn ich in den Kampf bin, dann lag das. Dass du da immer noch nicht irgendwie die Einstellung geändert hast oder so. Habe ich schon. 20 Mal. Ja, anscheinend ja nicht. Doch. Mein ehemaliges Problem, mein ehemaliges Problem war, wo ihr meintet, ich soll die Einstellung ändern, war, dass, wenn ich im Auswahlmenü war, dass es stehen geblieben ist, das Auswahlmenü. Das Problem habe ich schon lange nicht mehr. Haben sie ja toll geändert, Bernie. Das Fenster. Ja, im nächsten Update. Weil ich, ähm ja... Du hast ja auch Lags im Spiel gehabt vorher. Nee. Ja, natürlich. Du hast doch immer schon Lags gehabt im Spiel, komischerweise. Nee. Nicht im Spiel, sondern erst quasi im Ladebildschirm, dass ich am Anfang in der Runde quasi gefreezt war. Das war mein Problem. Das habe ich schon lange... Nee, du hattest auch im Spiel. Ja, aber du hattest da im Spiel auch mal hängen. Kann ich mich nicht erinnern. So wie jetzt. Kann mich nicht erinnern. Du hast ja schon seit Ewigkeiten. Ach, äh... Ja, da ist jeder. Ja, das war einer von uns. Fühlst du mit ner Drohne vor es ab? Kann nicht. Komm doch mit. Hier in der Barrikade erschrocken. Warum bist du nicht beim Firmide? Du bist fett scheiße. Hier ist ein Loch geradezu und unter der Wand ist ein Loch. Da schießt einer raus. Geradezu hinter der Barrikade? Ja, so ein bisschen links würde ich sagen. Ein kleines bisschen links. Mit der Schotty saß da entweder Smoke oder... Wir haben uns beschossen, er ist low. Hab ich eins dir? Ich bin nur zu da ohne. Er schießt auf dich, Sub. Einer. Da sind zwei. Einer ist links weggelaufen. Ja ne, kannst du einfach auf die Lupe drauf und Fretcher werfen. Da kann ich da oben rein füßen. Welche Magazine? Komm schon. Ich bin halb down, aber Smoke müsste auch losen. Ja, Benni, einfach die Luke hier. Ah, der wirft sie vier. Der ist verletzt, der eine. Bandit war das. Blitz. Hier könnte ich ne normale Sprengmatte gebrauchen. Sprengmatte? Sprengmatte. Nicht Latte. Wo war der eine, der dich beschossen hat? Hier direkt an der Wand. Hier kann man einfach mal aufmachen. Er war rechts glaube ich noch. Ich guck rechts auf die Tür. Wenn einer lustig ist. Soll ich nochmal... Ich fahr nochmal mit ner Drohne vor, ok? Ich bereite eine Sprengladung vor! Ah, go. Ich hab dann nicht... Noch nicht. Ähm... In dem Raum ist keiner mehr. Das war der einzige gerade Sub. Ok. Da bögen jemanden verletzt. Können wir vorgehen erstmal. Einer ist im Flur jetzt schon. Ja, im Flur sind die jetzt halt. Aber wir könnten schon mal vorgehen jetzt erstmal langsam. Keine Munition mehr! Einer ist unten verletzt. Den hätte ich gesehen. Der ist im Eckraum. Ja, ich... Wo ist der? Im Eckraum. Da ist ein Schild. Da weiß ich nicht ob er ist. Aber ich... Ich geh mal hier rein Sub. Ja, der ist wieder gelebt. Zwei sind hinten im Eckraum. Moog und... Wieder blitze. Können das ne Barrikraum... Einer kommt durch die Tür! Ein... Der Smoke ist da hinten in der Tür. Ab. Der ist der verbleibende Gegner. Springladung ist angebracht! Einer hat doch Rape. Dann war der letzte wo hinten im Eck seine. Ja, B ist frei! Nee. B ist nicht frei, der ist ja... Ah, ist frei. Boah, Alter, das Headshot! Alter, das Headshot! Ich hab ihn noch gehört, Alter! Seine Steps gehört. Boah! Easy. Sub hat ja keine Aufnahme, ne? Ja. War wohl dann auch mal meine Runde, oder wie? Ja. Wäre tatsächlich deine Runde gewesen. Ja, muss dann ja. Und dann hat er sonst nichts zum Hochladen. Das lass ich ihm dann. Das wäre deine Runde gewesen. Lustigerweise dann auch noch. Ja, das ist so viel, viel, viel. Dafür hast du die Art Mod. Ja. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!